Meine Klimaanlage ist defekt. Darf ich hier schlafen? Nein, 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 das geht nicht. Nein, 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 das passt jetzt wirklich nicht. Es ist doch heiß hier drin. Ja, aber nein, das... Nein, 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 nein. Ich hab noch viel zu tun. Ich kann jetzt überhaupt nicht. Warte. Ich kann nicht, unmöglich. Ich muss arbeiten. Das war an mir. Nein, 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 weil ich... Ich wollt grad duschen gehen. Genau, ich geh duschen. Jetzt warte. Lass mich dich sauber machen. Nein. Nein, warte. Nein. Nein, 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 nein. Tonton, schnell. Diese Nympho-Tante ist in meinem Zimmer. Die vermasselt alles. Was weiß nicht, überlegt ihr einfach irgendwas. Äh, schnapp, schnapp, schnapp. Mann, Mann. Das war nicht. Komm. Ja, keine Zeit. Hey, what a fuck you feel. And you only shut it up. You said that it's not the shade. And you got my human problem falling. Oh, I don't ever trust you so. I never know. Oh, nein. Du bist ja völlig krank. Du hast mir gesagt, alle Mittel sind dir recht. Du musst schon wissen, was du willst. Uhh. Okay. Vielen Dank.